Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder zuguckt. Ja, heute ist Logbucheintrag Nummer 9. Gestern habe ich mich irgendwie versprochen, das hat nicht so ganz gepasst. 9 sind wir jetzt. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir tatsächlich richtig diese Auswirkungen dieser Kontaktsperren merken. Da würde uns oder mich eure Meinung interessieren. Schreibt in die Kommentare rein, ist es zu übertrieben, ist es genau richtig, ist es zu schwach? Könnte es noch viel mehr sein, müsste es noch viel mehr sein, würde mich interessieren. Gebt uns ein Like hier aufs Video, wenn euch das Video gefällt, wenn euch auch die anderen Videos gefallen, gebt uns ein Like da drauf, kommentiert und abonniert uns. Und ganz ohne Kontaktsperre, das ist ein Tipp, ein Geheimtipp, online Maultaschen kaufen. Geht komplett, komplett kontaktlos. Vielen Dank.